Heute habe ich einen ganz besonderen Gast für euch. Professor Max Otter Höchstpersönlich. Ich habe ihm Fragen aus Wirtschaft, Politik und zu seinem Vorgestellt. Er hat mir die Fragen in einem passiven Videointerview beantwortet. Legen wir direkt los. Die Aktienmärkte erholen sich in Rekordtempo bei Rekordarbeitslosenzahlen. Hat sich die Wirtschaft von der Börse entkoppelt? Man fragt sich ja nach dieser massiven Erholung der Börsen, ob sich die Börsen völlig von der Realwirtschaft entkoppelt haben. Die Corona-Maßnahmen gehen weiter. Die Wirtschaft steht still. Eine Branche nach der anderen hat ernsthafte Probleme. Wir haben 10 Millionen Arbeitslose oder Kurzarbeiter plus in Deutschland. Und die Börsen steigen wieder. Wie kommt das? Nun könnte man sagen, die Börse hat sich völlig von der Realwirtschaft losgelöst. Aber das ist falsch. Denn wir sind in einer Krisensituation, einem Weltsystemcrash, wie ich es in meinem Buch geschrieben habe. Das ist nicht nur eine Finanzkrise. Da geht alles durcheinander. Die ganze Welt, das politische System ist in Unruhe, in Aufruhr. Und diese Corona-Maßnahmen, die können ja auch sehr gut, oder die Corona-Krise kann sehr gut genutzt werden, um Enteignungsmaßnahmen, um Sondersteuern durchzusetzen und so weiter, um das Versagen der Regierungen der letzten 20 Jahre zu vertuschen. Was passiert also? Wenn wir nicht wissen, was das Geld wert ist, ob der Euro in zwei Jahren überhaupt noch Bestand hat, oder ob es eine Überinflation gibt, oder ob Enteignungen über Kontoguthaben kommen, dann ist es rational, sein Vermögen nicht so sehr in Geldwerten zu haben, also in Sachwerten, in Immobilien, in Edelmetallen, in Aktien. Wenn die Aktienmärkte stabil bleiben, im Moment sind es ja leicht im Minus oder deutlich im Minus, zu vor Kriseniveau, aber kein Crash, und der Geldwert halbiert sich. Dann war es gut, das Vermögen mit den Aktien gerettet zu haben. Dasselbe war im Prinzip nach 1945 der Fall. Die Aktien waren erst mal nicht gehandelt, aber das Geld war dann wertlos. Die Aktien haben sich dann irgendwann erholt. Zumindest von Unternehmen, die im Westen Deutschlands lagen. Also, es ist durchaus rational, einen guten Teil seines Vermögens in Aktien zu parken. Es ist aber auch rational zu streuen, also Edelmetalle und andere Sachwerte zu haben. Wobei ich für Immobilien nicht so positiv bin. Da sind sie immobil, erpressbar. Da kann der Staat sehr gut mit Sondersteuern ansetzen. Wie sehen Sie die Welt nach der Corona-Krise? Welche Punkte könnten relevant für Aktionäre sein? Corona verändert die Welt. Und ich habe schon Sorgen, wie sie die Welt verändert. Unsere Regierenden regieren weiter. Man bringt eine fünfte Amtszeit für Merkel ins Gespräch. Alternativ die Aussetzung einfach der Neuwahlen. Das kann ja auch passieren, wie in anderen Ländern diskutiert wird. Also, es wird am Volk vorbei regiert. Es werden Menschen verhaftet. Die Grundrechte werden geschleift. Es ist eine beängstigende Situation. Aber fest steht, auch nach der Corona-Krise wird es Märkte geben. Wird es Aktienmärkte geben. Vielleicht gibt es dann noch mehr staatliche Eingriffe. Wahrscheinlich. Also, in Österreich wird diskutiert, auch in Deutschland, dass Unternehmen mit Staatshilfen dann erstmal keine Dividenden ausschütten sollen. Was verständlich ist. Also, diese eher sozialistischen Forderungen kommen hoch. Nach 20, 30 Jahren, wo wir das Finanzkapital bedient haben, kann ich das durchaus nachvollziehen. Aber auch nach der Corona-Krise wird es Märkte geben. Es wird Wirtschaft geben. Und es gibt natürlich viele Unternehmen, die auch von dieser Krise profitieren. Denken Sie an Amazon, diesen Giganten. Corona ist quasi der Knüppel, mit dem Menschen ins Internet getrieben werden, weil sie in der Realwirtschaft weniger machen können. Auch unser Börsenbrief zum Beispiel läuft gut. Die Leute haben Zeit. Sie schauen ins Internet. Also, Internetprodukte steigen. Auch nach Corona wird es Aktienmärkte geben. Wird es gute Unternehmen geben. Die untersuchen wir natürlich für sie. Zwei Fonds werden nach ihren Strategien betrieben. Max-Otto Vermögensbildungsfonds und PI Global Value. Was unterscheidet die Fonds voneinander? Also, die Privatinvestor-Kapitalanlage betreut insgesamt sieben Fonds. Davon sind drei Fonds für Anleger geöffnet. Zwei davon für Privatanleger. Einer nur in Lichtenstein für Privatanleger und in Deutschland nur für institutionelle Anleger. Das ist der PI Global Value Fonds, unser ältester, unser Flaggschiff-Fonds. Den gibt es seit über elf Jahren. Dann der Max-Otto Vermögensbildungsfonds, den gibt es seit sechs Jahren. Und der Max-Otto Multiple Opportunities, den gibt es seit 2007. Worin unterscheiden die sich? Der PI Global und der Max-Otto Vermögensbildungsfonds unterscheiden sich prinzipiell nicht. Wir haben den Max-Otto vor sieben Jahren gemacht, um auch eine deutsche Wertpapier-Kennnummer zu haben, um einen Fonds in Deutschland zu haben. Wir hatten etwas Spannungen und Unruhe im Partnerkreis. Und dann will man natürlich näher am Kunden sein. Also einen zweiten Fonds im Prinzip nach derselben Methode Max-Otto Reinheitsgebot. Also nur Aktien, Anleihen, Liquidität. Wir sind prämiert worden für unsere Publikumsfonds von Euro am Sonntag über drei Jahre. Mischfonds primär aktienlastig. Das könnte man sagen. Vermögensverwaltender Mischfonds primär aktienlastig. Wir wollen Geld verdienen. Wir sind vor allem am Aktienmarkt investiert. Wenn die Märkte zu teuer sind, dann gehen wir auch mal raus. Oder teilweise raus. Maximal 40 Prozent raus. Wir haben immer 55 bis 60 Prozent Aktien. Manchmal eben auch 100 Prozent. So waren wir rausgegangen Ende 19, 18 schon, weil ich vorsichtiger wurde. Wir hatten 25 Prozent Anleihen und Liquidität. Das war für uns schon relativ viel, weil wir, wie gesagt, mit Aktien Geld für sie verdienen wollen. Wir gehen vorher raus. Wir gehen nicht im Crash raus. Im Crash kaufen wir eher nach. Genau das haben wir jetzt im letzten Crash gemacht. Wir haben die Liquidität von 25 Prozent wieder auf unter drei Prozent gedrückt. Also wir haben investiert. Und das hat uns auch einen schnellen Rebound des PI Global Value Fonds, des Max-Otto Vermögensbildungsfonds, erlaubt. Beide Fonds operieren nach der Methode des Value Investings. Das heißt, wir untersuchen Unternehmen sehr genau. Management Qualität, Bilanz Qualität, Geschäftsmodell. Also es gibt Qualitätsmerkmale. Wie nachhaltig sind die? Wie können die wachsen? Wie sicher sind die aufgestellt? Ist die Bilanz gut? Ist das Management gut? Sie glauben gar nicht, was ein schlechtes Management versaubeuteln kann. Und wie schlecht das Management in den meisten Großkonzernen ist. Wenn die nur halbwegs ordentlich arbeiten, sind wir schon einigermaßen zufrieden. Aber es gibt eben auch Manager, die ganz toll arbeiten. Wenn die Qualität stimmt, dann schauen wir, ist die Aktie zu teuer oder kann man da einsteigen. Das heißt aber auch, dass wir nicht auf die kurzfristige Psychologie achten. Die ist sehr stark, aber aus unserer Sicht wirklich nicht berechenbar. Wenn was fällt, fangen wir an zu kaufen. Meistens fällt es dann weiter und irgendwann steigt es. Wir brauchen Sitzfleisch. Wir brauchen Nerven. Wie sagte André Kostolanyi an der Börse, verdientes Geld ist Schmerzensgeld. Erst die Schmerzen, dann das Geld. So ist das ein bisschen. Das war auch jetzt so. Wir sind in der Krise massiv eingebrochen. Das haben einige, die unsere Methode nicht verstanden haben, natürlich sofort genutzt, um draufzuhauen. Sind seitdem schon wieder 25 Prozent gestiegen. Also das ist nun mal so. Und nach der Krise entwickeln sich meine Fonds traditionell besonders gut. Max Otte Vermögensbildungsfonds, PI Global Value, beides Fonds für Privatanleger, aktienlastige Mischfonds, nach derselben Methode gemanagt. Zum Teil sind leicht andere Titel drin. Das hat aber historische Gründe. Im Prinzip sollten sie sich gleich entwickeln. Der Max Otte Vermögensbildungsfonds hat etwas leichter für deutsche Anleger, weil er eine deutsche Wertpapierkennnummer hat. Dann gibt es eben noch den Max Otte Multiple Opportunities. Der ist für Privatanleger in Lichtenstein und in Deutschland nur für Professionelle. Sie müssen also als professioneller Anleger sich qualifizieren. Dann können Sie den bei Ihrer Bank auch beziehen. In Deutschland ab 100.000 Euro. Mindestanlage in Lichtenstein ab 50.000. Der einzige Unterschied dort ist, dass dieser Fonds auch echtes Gold und Silber machen kann. Das dürfen wir in Deutschland nicht. Das wird von der Finanzmarktaufsicht als unsicher angesehen. Also Gold können wir zwar als ETC, Exchange Traded Commodity, also als Papier nehmen, aber nicht echt im Safe der Bank. Das dürfen wir in diesem Fonds, das ist ein AIF, ein alternativer Investmentfonds, deswegen machen wir es. Und wir dürfen größere Positionen bis 20% des Fondsvermögens fahren. Wir können fokussierter, konzentrierter investieren, sportlicher fahren. Das ist der Unterschied zwischen den drei Fonds. Und dann haben wir noch vier Fonds für professionelle oder Family Offices, also Spezialmandate. Insgesamt betreut die private Investor-Kapitalanlage sieben Fonds. Wie reagieren Sie mit Ihren Fonds auf die Corona-Krise? Also in der Krise haben wir zugekauft. Wir hatten vorher 25% Liquidität. Der hat den Abschwung etwas gedämpft, weil ich im Januar 2018 gesagt habe, bitte, es wird kritisch, die Bewertungen sind hoch, vorsichtiger. Wir machen uns vorher Gedanken, wir reagieren nicht auf eine Krise, sondern wir versuchen, sie zu antizipieren. In der Krise haben wir dieses Geld wieder investiert. Das führte dazu, dass der Max-Otte-Vermögensbildungsfonds von 148 gefallen ist auf fast 100. Jetzt steht er schon wieder bei 127. Also er hat sehr schnell diese Delle wieder aufgeholt und wir haben voll investiert und wir sind sehr optimistisch, dass wir weiter steigen werden, aus den genannten Gründen. Also umgeschichtet haben wir relativ wenig, aber wir haben unsere vorhandene Liquidität eingesetzt. Selber auch im PI Global Value Fonds, im Max-Otte-Multiple-Opportunities Fonds. Denn die Zukunft ist unsicher, Geldvermögen sind genauso bedroht. Was nützt es mir, wenn ich Konto gut habe, das nicht schwankt, aber das Geld in zwei Jahren die Hälfte wert ist. Ich bekomme immer mal wieder Anrufe von politisch exponierten Personen, die 100, 200, 300.000 Euro gespart haben. Also deutsche Mittelschicht, den sage ich streut. Nehmt zwei, drei Fonds, nehmt Edelmetalle, nehmt vielleicht ein bisschen Bargeld und lasst etwas auf dem Konto. Wie? Das ist natürlich die, hängt von der persönlichen Situation ab. Nach welchen Kriterien suchen Sie Qualitätsvalue-Aktien für Ihre Fonds aus? Nochmal etwas tiefer zu den Kriterien der Königsanalyse. Wir haben drei wichtige Bereiche, Geschäftsmodell, Management und Bilanz. Geschäftsmodell, also am liebsten sind uns Geschäftsmodelle, wo die Kunden quasi immer wieder kommen, immer kaufen, also Abo-Modelle. Microsoft ist ein diabolisch, dämonisch gutes Geschäftsmodell. Google genauso. Geschäftsmodelle, die wenig Kapital verbrauchen. Das sind tolle Geschäftsmodelle. Schlechte Geschäftsmodelle sind Geschäftsmodelle, wo sie viel Kapital verbrauchen, wo viel Wettbewerb ist, die Luftfahrtbranche ist zum Beispiel, so ein Beispiel, Buffett hat gerade alle seine Luftfahrtaktien verkauft, auch der muss sich mal korrigieren. Jeder macht Fehler an der Börse, Buffett die wenigsten, aber auch der macht welche. Also schlechte Geschäftsmodelle brauchen viel Kapital und haben hohen Wettbewerb. Gute Geschäftsmodelle greifen sich den Kunden, besitzen ihn quasi, haben quasi eine monopolartige Stellung. Das ist das eine. Zweitens ist das Management sehr wichtig. Sie glauben gar nicht, wie schlecht Management ist und damit meine ich nicht die Vollidioten, die oftmals große Konzerne regieren und herrschen, die sich vor allem um ihre Boni kümmern. Selbst normales Management, Großkonzerne sind schwerfällig, sind bürokratisch, sind träge. Selbst dort, wo es ganz normal abläuft, ist es schon aus Sicht eines normalen Kaufmanns nicht besonders. Nehmen Sie ein Beispiel von General Electric, wo Jack Welch lange als der Supermanager gepriesen wurde. Sein Nachfolger, der Jeff Immelt, war schon lange im Konzern, der flog mit dem Firmenjet rum. So weit, so gut. Oder auch nicht gut. Wir haben mal eine Untersuchung gemacht, Firmen mit firmeneigenen Jets performen an der Börse schlechter, weil das Management sich selber bedient. So, Jeff Immelt flog im Firmenjet rum, aber der könnte ja kaputt gehen. Also hat der Bursche immer einen zweiten Jet hinterher fliegen lassen. So abgehoben sind die Leute da oben. Und da können Sie in Konzerne schauen, wo Sie wollen. Also ganz wichtig und deswegen ist uns wichtig, dass die Manager möglichst Gründer sind, selber am Unternehmen beteiligt sind. Mittelständische Unternehmen oder Großunternehmen mit mittelständischem Charakter sind uns am liebsten. Amazon, Google, Microsoft haben diesen Charakter. Also die haben diese Kultur. Es gibt auch in Deutschland etliche SIX, CTS, Eventim. Also mittelständische Unternehmen oder Unternehmen, wo echte Unternehmer dabei sind. Ganz wichtig. Und drittens die Bilanz. Natürlich wollen wir, dass das Unternehmen nicht zu hoch verschuldet ist. Auch das schauen wir uns an. Das sind die drei Kriterien. Und dann bewerten wir erst. Und eine Bewertung setzt sich zusammen aus den Erträgen, die das Unternehmen heute und in Zukunft generieren kann. Also sind diese Erträge stabil? Wächst das Unternehmen nicht? Gut. Hat es auch einen Wert. Den bestimmen wir. Wächst es, umso besser. Hat es auch einen Wert. Also dazu schauen wir dann, wie viel ist das, was ich einkaufe, wert? Also das, was ich für die Aktie bezahle, sagen wir mal 32 Euro für eine United Internet Aktie, ist der Preis, den ich bezahle. Aber der hat nichts zu tun damit, was dieses Unternehmen ökonomisch-wirtschaftlich wert ist. Und das bestimmen wir nach der Methode des Value Investing. Warum sollte ich in Ihre Fonds anstelle in eine klassische ETF-Kombi investieren? Eine klassische ETF-Kombi wäre zum Beispiel 70% MSCI World und 30% Emerging Markets. Wir sind inhabergeführte, aktienlastige Mischfonds. Wenn Sie ganz in Aktien gehen wollen, kommt immer die Frage auf, sollte man nicht vielleicht doch besser in ETFs oder ETFs investieren, also MSCI und vielleicht Emerging Markets. Ja, kann man machen, das ist eine echte Frage. Es gibt dabei mehrere Probleme. Aber ich will das nicht, also es ist eine legitime Strategie. Es gibt mittlerweile mehr ETFs und ETCs als Aktien. Also da ist ein Riesengeschäft entstanden, die bilden oft sehr spezielle Indizes ab. Also wenn Sie die großen Indizes nehmen, MSCI, DAX, Eurostox, dann ist das in Ordnung. MSCI ist in den letzten zehn Jahren super gelaufen, das wird nicht ewig so sein. Also irgendwann dreht sich das. Die ETFs nehmen halt das, was gerade auch an den Börsen hochgewichtet ist, Amazon, Google, Alphabet, Apple und packen das rein. Sie sind nicht auf Trendwänden vorbereitet. Das versucht der aktive Investor natürlich. Mal gelingt es ihm, mal nicht. Von daher ist natürlich die Auswahl des Investors auch wichtig, auch vielleicht eine gewisse Streuung. Ein weiteres Problem bei ETFs ist, dass es so viele Indizes gibt. Also wenn man dann wieder anfängt Strategien abzubilden, die Finanzbranche hat ja ein Interesse daran, diese ETCs und ETFs zu pushen. Also es ist ja massive Werbepower hinter. Da muss man sich fragen, wo verdienen die ran? Selbst wenn die Gebühren geringer sind. Und dann gibt es Kontrahentenrisiken, da gibt es im Kleingedruckten vieles. Denn manche ETFs arbeiten mit Derivaten, bilden also die Indizes nur ab, investieren aber nicht echte rein. Es gibt also viele Risiken, die man als Laie nicht sieht. Da hat man gedacht, jetzt habe ich den ETF, den MSCI gekauft oder den DAX. Und wenn man es Kleingedruckte liest, hat man was ganz anderes drin. Also von daher, ja, es ist eine legitime Strategie. Sie ist aber auch nicht so einfach, wie Sie das vielleicht glauben oder wie die Finanzbranche Ihnen das Glauben machen will. Von daher würde ich schon auch auf aktiv gemanagte Fonds setzen plus vielleicht ETFs. Auf jeden Fall müssen Sie sich mit beidem zunächst einmal beschäftigen und dann können Sie es laufen lassen. Am 27. März 2020 haben Sie in Fund Research gesagt, ich fühle mich wie ein kleiner Junge im Süßwarenladen, aber wie einer, der auch noch obendrein einen kleinen Taschengeldvorschuss im Portemonnaie hat. Sind Sie noch immer voll mit einem kleinen Hebel investiert? Im März 2009 habe ich in einem Interview gesagt, ich fühle mich wie ein kleiner Junge im Süßwarenladen, wenn Verkäuferinnen und Eltern nicht da sind. Diese Aussage habe ich wiederholt jetzt im März und habe gesagt, und dazu habe ich noch etwas Taschengeld von den Eltern ins Portemonnaie bekommen. Zunächst Teil 1 der Aussage. In der Krise sind manchmal Aktien extrem billig. Das war im März 2009, als keiner Aktien wollte der Fall. Ich habe mich exponiert, ich gelte ja als Crash-Prophet, was ich ablehne, bin Aktieninvestor und ich habe gesagt, ich kaufe jetzt. Damals haben wenige gekauft. Also alles konnte man kaufen, da war eigentlich nichts, was man nicht kaufen konnte im März 2009, wie ein Junge im Süßwarenladen. Und dasselbe war jetzt wieder der Fall. Die Aktien sind zwar nicht so billig geworden wie vor elf Jahren, aber es war dann so, dass viele oder etliche Aktien billig waren und vor allem die Alternativen, Festgeld, Kontoguthaben sind mittelfristig nichts, weil das Geld entwertetungsgefährdet ist. Die Inflation kann steigen, es können Sonderabgaben kommen, also da ist einiges möglich. Und der Teil 2 heißt, ich habe sogar etwas Taschengeld geschenkt bekommen, ich habe sogar etwas Hebel genommen und privat auch mit geborgtem Geld investiert in dieser Krise. Denn bei 1,6, 1,7 Prozent Schuldzinsen, abwertungsgefährdetes Geld, Inflation droht vielleicht, das ist mal eine Spekulation, die man machen kann. Und deswegen habe ich mich im März wieder verdammt gut gefühlt. Und es hat dann eine Weile gedauert, zwei, drei Wochen, bis die Aktien drehten. Das war schon auch eine Zeit des Bangens, aber die These hat sich bestätigt. Im Oktober 2019 erschien ihr Spiegel-Bestseller, Weltsystemcrash, Krisenunruhen und die Geburt einer neuen Weltordnung. Wie hat sich das Szenario durch Corona verändert? Im Oktober 2018 habe ich das Buch veröffentlicht, Weltsystemcrash. Es wurde zu einem Spiegel-Bestseller, 13 Wochen Top 20 der Spiegel-Bestsellerliste, obwohl es von den Mainstream-Medien gebashed wurde. Aber es hat sein Publikum gefunden. Es ist das meistverkaufte Buch des Verlages in dem Jahr geworden. Dickes Buch, fast 600 Seiten. Und ich freue mich, dass es trotzdem so viel Interesse gefunden hat. In diesem Buch beschreibe ich große Kräfte, den Aufstieg Chinas, die Probleme in den USA, die Probleme in Europa. Ich beschreibe, wie die Mittelschicht in den westlichen Industrienationen in den letzten 20 Jahren ausgeblutet wurde und aufmuckt. Die Welt steuert auf einen Systemcrash zu. Und das habe ich damals auch gesehen. Und Corona ist eigentlich nur ein Auslöser. Denn dieser Crash wäre in der einen oder anderen Form gekommen. Allerdings, wie verrückt die Regierungen spielen. Also ich habe gesagt, wie in dem Buch auch, die Welt wird verrückt spielen. Sie wird auf dem Kopf stehen. Die alte Wahrheiten werden nicht mehr gelten. Es werden Zwangsmaßnahmen kommen. Die Welt kommt sonst aus ihren Schulden nicht mehr raus. Es ist keine Chance, dass wir uns aus dieser Geldmanipulation der Notenbanken ohne Zwangsmaßnahmen rausbewegen werden. Und dann kam Corona. Erst hat man es ja im Westen auch nicht so recht ernst genommen. Und jetzt ist es auch mal diese Hysterie. Die Regierenden, die Herrschenden haben gemerkt, dass sie dort ein Mittel haben, um uns in den Griff zu bekommen. Und das passiert. Ich meine, es gibt genug kritische Stimmen auf YouTube. Auch renommierte Professoren, die sagen, das ist völlig überzogen, völlig unnötig. Anders wäre es besser gewesen. Aber es gibt Interessen seitens der Regierenden, uns da so einzusperren, uns in den Maulkorb zu verpassen. Verfolgen Sie die Diskussion im Netz. Bei Privatinvestor Politik haben wir auch eine Sonderausgabe dazu rausgebracht. Das Problem ist jetzt, dass es nicht nur diese Zwangsmaßnahmen kommen, dass die Welt Kopf steht, all das habe ich vorausgesehen, sondern dass natürlich all das die Wirtschaftskrise, die wir sowieso steuern, weiter verschärfen. Das ist schlimm. Das ist schlimm. Wir wissen überhaupt noch nicht, was rauskommt. Deswegen wage ich da auch keine Prognose. Also dennoch, um dem vorzugreifen, sind wir in Aktien investiert. Das ist Sachvermögen. Auch nach dieser Krise wird es Unternehmen geben, wird es Aktienkonzerne geben. Ob es dann den Euro noch gibt in zwei Jahren, das sei dahingestellt. Ich bedanke mich herzlich für das passive Interview. In Zukunft werde ich mehr spannende Persönlichkeiten aus der Finanzszene auf meine virtuelle Couch einladen. Wenn du mehr passive Interviews sehen möchtest, abonniere jetzt gleich meinen YouTube-Kanal. Ich spreche über Aktien, Börse, Finanzen und die liebe Wirtschaft. Lass mir jetzt ein Like da, wenn dir das Video gefallen hat. Wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Finanztipp.